Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun, muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich hier nicht vertue, für Mittwoch, den 6. November 2024, denn ungewohnterweise kommt die Analyse jetzt erst zum Morgen, da ich einfach gerne noch antworten wollte, wie sich die Nacht entwickelt, wie sich auch der DAX entwickelt, hatten gesagt, das ist einfach aus technischer Sicht ein bisschen eine schwieriger einzuschätzen, ja, mit Charttechnik am Ende auch eben nicht alles kann und die Frage letztendlich dann von der Bewegungsabfolge ist ja, wo eröffnen wir denn dann im Handel und wo sind die Reaktionen dann ableitbar, weil wir gesagt haben, dass die Reaktion eher dann noch bestimmbar ist, wie das, was in der Nacht passiert. Wenn ich jetzt so schaue, wir haben ja die Nacht durchgemacht, auch im Premium, haben das hier kommentiert, hat er das wunderschön gemacht, also muss man schon sagen, wir hatten die Variante sogar gestern in der Analyse mit erklärt, als ich gesagt habe, würde ich die Wahl komplett mal außen vor lassen und nur versuchen, was ich im Chart sehe, könnte ich mir vorstellen, dass er hier noch den Bogen schlägt über die 19.400 und sich dann von dort eindreht und dann erst am Folgetag unter die 19.000 fällt und genau das ist es auch, was er hier in der Nacht gemacht hat. Also wir hatten schon am Freitag, wartet, nicht Freitagabend, wir haben jetzt, das ist für mich schwierig jetzt, das ist total ungewohnt, wir haben jetzt den Mittwoch, gestern war Dienstag, wir haben zum Dienstag Nachmittag schon Updates geschrieben, wenn der, oder ich glaube Mittag rum sogar schon, wenn der über die 200 nochmal drüber geht in der DAX, dann liegt es nahe, dass er sich versucht, in ein Nachttuch in die 19.400 dann hochzuziehen, um von dort dann wegzuschmieren und als er dann bei den 19.400 war, habe ich dann auch nochmal geschrieben, also von hier wäre jetzt der Punkt, wo er dann auch wirklich dynamisch reinbringen müsste, um sich dann da wegzudrehen und bam, dann kam die eben auch halt, ne, das hat perfekt gesessen, auch den Nachttags, also es hat wirklich alles gut gepasst hier, sehr, sehr stimmig gewesen, es hat viel Spaß gemacht, ich denke, da haben die einen oder anderen gute Punkte mitgenommen, jetzt geht es darum, was machen wir jetzt daraus, wir kommen jetzt mit einem Abwärtscup rein, von voraussichtlich, ja, jetzt ist es noch eine gute Stunde hin, bis der Markt eröffnet, es ist jetzt um sieben, wo ich die Analyse einspreche, Stand jetzt wird der DAX taxiert im Bereich um 19.100, das heißt unterhalb dieses Tiefs hier, deswegen lege ich es nahe, dass er wirklich noch einen Tief nachsetzt, ich weiß gar nicht, ob ich den Fall hier mit euch zusammen gestern schon reingemalt habe, oder dann erst zum Nachgang an die Analyse, aber wir hatten ja in der Morgenanalyse hier eben auch drüber gesprochen, über dieses, über diese 18.900, ja, ja, die Geschichte mit dem, ähm, wartet mal, das machen wir hier noch, rutschen wir hier mal ein bisschen runter, über diese Geschichte mit dem, mit dem Tief, was da vielleicht noch zu einer SKS ziehen kann, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das jetzt vielleicht auch zur Eröffnung am Morgen dann gleich bekommen, und dann ist es eben ganz, ganz, ganz wichtig, wie reagiert der Markt jetzt, wie verhält er sich, die letzten US-Wahlen, die wir reingekommen sind, ähm, war eigentlich immer wieder das gleiche, ab fast der ersten Minute an, wo der Markt reingekommen ist, hat er ins GAP reingehandelt, und hat das GAP geschlossen, ja, ich meine sogar, dass das bei Obama, wo es die Aufwärtsgaps gab, auch so war, dass er wirklich danach dann das GAP geschlossen hat, und dann ist es bei, nach der Obama, weil jetzt ja, der Markt hat uns richtig weggeschissen, ja, also das war, der, der ist zwar nach oben gesprungen in der Wahl, ist danach aber runtergekommen, und die Momente, wo wir gerade auch mit Trump diese Abwärtsgaps hatten, ist der Markt ja eigentlich danach immer brutal gestiegen halt, ne, und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wie er sich jetzt verhält, und vor allen Dingen, wo er auch reinkommt, ja, wie tief kommt er rein, und, 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 wie geht er um, wenn der nämlich jetzt anfängt, direkt mit grünen Kerzen hier reinzuspucken, der Markt, ähm, würde das von 19100 nicht viel Sinn machen, muss man schon so sagen, dann da in das GAP rein, und, 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 und er stürmt nach oben, würde, würde weniger Sinn machen, wie, dass er vielleicht nochmal zum Start nochmal kurz runterzuckt, unter die 19.000 schlägt, dieses Tief einfach voll macht hier, unter die 19.000 schlägt, und wenn es nur eine 1889 ist, und von dort dann in den GAP-Close geht, ja, das wäre fast hier eher passend, ja, oder er kommt eben gar nicht so tief runter, äh, rein, dass wir gar nicht unter den 19.100 reinkommen, sondern vielleicht im Bereich um 19.150, dann wird es ihm leichter fallen, das direkt zu klosen, und dann weiter zu steigen. Wichtig ist, wenn wir den direkten GAP-Close kriegen, wäre das eher positiv zu werten, das muss man schon sagen, ja, das heißt, der Markt würde dann eine erneute Chance kriegen, am GAP-Close auch vorbeizulaufen, in die 19.400 rein, und würde dann auch eine 19.480 anpeilen, und wenn wir das hinkriegen, ist vollkommen der Stress aus dem Chart raus, ja, und dann könnte das so werden, wie die letzten Wahlen, ähm, sowohl bei Biden, als auch als Trump gewonnen hatte, als der Markt dann halt einfach nach den, nach der US-Weiber-Geschichte sich losgaloppiert ist, und, äh, erstmal eine ganze Charge nach oben, äh, 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 durchgeblasen hat, ja, und von daher würde ich das hier durchaus mit einkalkulieren, und mir ganz genau angucken, wie kommt der rein, bleibt der hier nur flach auf der Stelle stehen, oder drückt sich gar noch tiefer, würde ich wirklich noch einen Tief einplanen, und auch wirklich unter die 19.000 das Tief noch einplanen, also insbesondere hier unter, unter die Spitze hier einfach vom Donnerstag, ja, vom 31. Oktober, da einmal drunter, 19, 18, 9, 80, oder 18, 9, 10, 18, 80, das wäre am passendsten, ja, und dann könnte er auch von hier probieren, diese SKS zu bauen, ja, wenn er hier unten das Tief noch setzt, könnte er sogar probieren, die SKS zu bauen, und nochmal da hoch, und dann nochmal runter, dann würde das Sinn machen, aber, wenn er jetzt von hier aus dem Stand raus, das gäbe, klost, und er läuft drüber, dann, dann, dann schieben die uns den auf ein neues Allzeithoch, ja, und von daher haben wir eigentlich eine schöne, schöne Ausgangslage, ein schönes Bild auch, sollten wir unten durchrutschen, und gar nicht von hier dann oben hochdrehen, das wird dann eher wahrscheinlich für die Analyse für den, ähm, warte, jetzt muss ich nochmal nachgucken, für den Donnerstag was, ja, ähm, ähm, gilt der Fall allerdings trotzdem, ne, dieses Vakuum, was wir besprochen haben, das war ja ursprünglich sogar mal unser, unser, unser Gap-Potenzial, wo wir gesagt haben, wenn der Markt sich vorher ein bisschen runtersteht, dann kann er da runtergeppen, sollte der jetzt hier sich schlecht halten, und das, das Abwärtsgap offen halten, und er liefert dann neue Tiefs, und er buddelt sich tiefer, und zieht eben dann nicht hier oben hoch, dann kriegen wir das auch relativ schnell am Donnerstag noch zugeschossen an, ja, naja, dann rammelt er uns erst hier runter, bevor dann wieder Gegenbewegung einkommt, das sollte man hier definitiv auch auf dem Plan haben, und naja, ist das Allerwichtigste hier jetzt wirklich zu gucken, wie kommt der Markt denn jetzt 8 Uhr, wirklich auch 8 Uhr schon rein, ja, wie bewegt er sich 8 Uhr, die letzten 8 Uhr machen die ersten Börsen auf, Stuttgart, Berlin und so weiter und so fort, ja, und um 9 Uhr kommt dann Frankfurt nochmal dazu, und da ist wirklich, guckt euch ganz genau an, wie der sich bewegt, und wartet das vielleicht sogar auch erst mal ab, ja, dass er ein bisschen guckt, wie kommt der Markt rein, und dann versucht er eben noch mitzuschwimmen, ja, ich würde mich da gar nicht so vorweg irgendwie schon positionieren wollen, in der Maßgabe, der muss das jetzt, erfahrungsgemäß macht er direkt das Gap zu, macht aber von der Stelle, wo wir stehen, keinen Sinn, wir sind jetzt hier, stand jetzt knapp unter der 1,50, das würde eher Sinn machen, da noch nach unten nachzudrücken, nachzudrücken, noch ein Tief nachzusetzen, ja, und das würde ich mir dann vielleicht mit angucken, ja, und ansonsten, wie gesagt, fällt dann der Bereich um, also grundsätzlich ist der Bereich zwischen 19.000 und 19.000 und 18.900 sehr gut geeignet, um den Markt nochmal nach oben zu drehen, sogar sehr weit hoch zu drehen, bis in die 19.500 reinzudrehen, weil sich dieses SKS-Potenzial dann hier einfach anbietet, ja, das könnte man einfach ausspielen, hält der Bereich nicht, ganz wichtig, geht weiter das Risiko auf, bis 18.500, innerhalb dieser Woche dann auch noch realisierbar, sollte der Markt direkt aus dem Stand das Gap schließen, rechne ich damit, dass wir durchlaufen, bis in eine 4,80, Punkt, so, das sind die drei Sachen, ich denke, damit kann man was anfangen zum, ähm, zum, das ist echt schwierig für mich, ja, wirklich, das Markt ist so ein paar nahe hier mit den Wochentagen, aber wenn man da seine Routine hat und weiß, dass man einfach immer eins noch draufsetzt auf das Datum, was unten angezeigt wird, ist das schwierig, wenn es dann mal den einen Tag anders ist, also zum Mittwoch, jetzt wird das schwierig, ne, was sollte ich, was wollte ich jetzt gerade sagen, jetzt habe ich es komplett, die ganze Nacht jetzt hier, ich habe jetzt eine Stunde geschlafen, aber, äh, wollte ich jetzt gerne die Analyse für euch noch machen, ähm, damit ihr eben auch was von habt, so. Gut, ja, also, es ist auch jetzt egal, ob Trump gewinnt oder, ähm, Harris am Ende gewinnt, ja, also hier ist jetzt wirklich der Punkt, wo ich dann auch sage, okay, die US-Wahl, das ist das Thema, das ist jetzt durch, ähm, dieses Event, einfach dieser Charakter, der uns hier diese Unbekannte reingetreten hat, das ist jetzt abgehandelt, ja, das ist jetzt Thema durch, und egal, wer da jetzt wie Präsident wird, ähm, äh, gelten diese nachher so oder so, also mit Trump oder mit Harris, man wird immer Gründe finden, warum man beides rechtfertigen kann, da verbrennt euch dann nicht für eine Meinung, dass das jetzt, dieser Kursrutsch jetzt unbedingt auf Trump zurückzuführen ist, und nachher gewinnt die Harris, und ihr wundert euch, dass es nicht doch steigt, also es ist noch nicht zu 100% safe, dass hier, ähm, Trump gewinnt, auch wenn es wirklich sehr danach aussieht, ich denke auch, dass er das jetzt gewinnt, ich habe es gestern noch gesagt, ne, äh, äh, beim letzten Mal hatte ich schon vom Bauchgefühl, ja, dass er nicht gewinnt, und er hat noch gewonnen, deswegen habe ich gesagt, kann man da nicht drauf geben, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass er gewinnt, jetzt hat er wieder gewonnen, naja, naja, Freunde, ich mache hier jetzt zu und wünsche euch viel Erfolg, ähm, ähm, am Mittwoch, ja, und dann hören wir uns auch ganz normal, ähm, Mittwochabend für die Analyse zum Donnerstag wieder, ich sage also nicht bis morgen, sondern bis heute Abend, und, ähm, macht was draus, ja, guckt euch den wirklich an, wie der reinkommt, ja, also, äh, jetzt drückt das schon beispielsweise vorbörstig schon ein bisschen hoch, also, wenn du uns zu weit oben reinkommst, hätte er wirklich das Potenzial, direkt in den Gap-Kloss zu gehen, und dann durchzuladen, ja, durchzuladen in die 480 rein, das kriegt er dann hin, also, wenn der hier wirklich bloß in eine 220 reinkommt, oder so, dann macht er zack zu, und stürmt gleich nochmal durch bis zum Nachthoch bei 400, und schwupps darüber, ja, da ein bisschen aufpassen, den müsst ihr wirklich ein bisschen tiefer reindrücken, also unter 150, unter 100 am besten reinkommen, und dann würde der vermutlich auch noch einen Satz nachsetzen, und unter die 19.000 reingehen, weil das würde dann nicht reinpassen. Freunde, habe ich euch alles jetzt schon erklärt, aber ich denke, wir haben auch ein schönes Bild, das ist nicht zu, äh, wage, gestern war es ein bisschen wager, weil ich gesagt habe, okay, Gap können wir nicht einkalkulieren, hier ist jetzt schon ein bisschen besser abzustecken, viel Erfolg, gutes Gelingen, bis heute Abend, tschüss. Vielen Dank.